Hallo und herzlich willkommen bei Hazard Ops mit dem alles beliebten Wuppi und Moin. Wir spielen heute eine Runde PvP. Jawohl, so wird es gehen. Und zwar spielen wir eine Runde jeder gegen jeden. Ich glaube das heißt in dem Game Free For All. Und da geht es richtig ab. Richtiges Gefetze. Hat mega Spaß gemacht und ich musste eine kleine Korrektur vornehmen, weil wir wussten gar nicht, ob es zukommt. Deswegen sage ich euch hier Bescheid. Viel Spaß! Hast du eine Ahnung? Immer, klar. Also ich denke mal, wir müssen zählen. First Blood, Headshot, Topkiller. So geht's. Dreckigen Sniper. Ah, der bin voll reingerannt. Triple Kill hatte ich gerade. Jawohl. Triple Kill. Jawohl. Ne. Doch, der Wuppi ist der Hammer. Dacht er doch die ganze Zeit. Ah, du bist ein gegnerisches Team. Doll. Revenge. Revenge. Jawohl. Ich weiß. Ich weiß. Geheis. E outset er. Woah. Gute! Sooo. Es waren zu viele von zwei Seiten. Ach, ist jeder gegen jeden oder was? Ach so. Ja stimmt, ist jeder gegen jeden, ja. Boah. Okay. Boah, lag mir am Arsch. Aber einen 4er Kill hatte ich auch schon mal. Woppy ist auf dem zweiten Platz, nein. Ja, was denkst du? Ich bin 5er, na warte, das geht ja gar nicht. Ach, jetzt hab ich aber einen Deal. Aaaaah. Aaaaah. Double Kill. Triple Kill. Triple Kill. Ammo out. Verdammt. Ja, ich krieg dich noch, du Ratte. Boah, die Ratte. Was hab ich denn damit zu tun? Sehr viel. Ja, ich krieg dich noch, du Ratte. Da wollte ich gerade jemanden. Double Kill. Mist. Mist, Mann. Mist. Was denn? Next. Perfect. Verdammt. Uschi hat mich gekillt. Nein. Da bin ich einfach voll in die Linie. Loppy, bleib stehen. Nein. Verdammt. Ich hab noch wieder eingestrickt. Nein. Ich fall ab. Fuck. Genau. Von den... Revive me. Revive me, sagt er. Ich krieg dich da rum. Verdammte Wompy. Ich werd sie kriegen. Was ist das denn? Was ist das denn? Gott. Vier Stück hab ich jetzt gekillt. Jetzt hab ich nen Bobby. Ja. Ha 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 ha. Nein, nein, scheiße, scheiße, nein, voll hinten, verdammt, ich muss gewinnen Verdammt, ich musste nachladen Verdammt, verdammt, verdammt Verdammt, verdammt Nein, verdammt Boah. Nein, wie betritt er? Wieso, wie betritt er? Nein! Triple kill! Richtig auch. Verdammt. Krieg ich mir für den Executen irgendwie extra Punkte? Weiß ich auch noch nicht so richtig, ob das irgendwelche extra Punkte gibt. Ich weiß nicht wohin. Boah. Verdammt. Ein Kill nur noch. Nein! 29, 29, 29. Nein! 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 Ich bin dritter. Verdammt. Ich bin vierter Mann, das war aber sowas für knapp. Das war geil. Das hat richtig fett Spaß gemacht. So Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Habe die Erde. Tschüss! Ah! Ah! Ihr stay there, and cook! Hahahaha